Gruß im Trink. Willi-Kopf. Du hast gar keine Mütze auf. Nee, ich habe mich eingecremt. Warum hast du denn Hande rum? Wo? Da? Ach hier, wegen der Hitze. Ach, wegen der Hitze. 38 Grad. Übrigens hat das Waldbad Borgheide offen. Lutz, hast du das schon gemerkt? Nee, wo? Hinter dir. Hier haben wir offen. Ja. Guck mal da, das Waldbad hat offen. Der erste Tag heute. Ja, der erste Tag. Und warum ist das jetzt so plötzlich gekommen? Danke an die Amtsverwaltung Brück in Kombination mit dem Gesundheitsamt. Wir haben eine Lösung gefunden, das Bad heute aufzumachen, aufmachen zu können. Unter gewissen Bedingungen, Regeln, Kontaktverfolgung etc. Luca-App, Corona-App. Und damit haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt in das wilde Leben zurück, das Bad zu eröffnen und haben uns in die... Ich habe mich heute schon in die Fluten gestürzt. Ich war da drin. Du? Das ist aber das erste Mal seit 70 Jahren. Ja, das ist das Randbuch noch. Kann es sein, dass du wieder richtig glücklich bist? Also gegen den Uwe letzten Montag, muss ich sagen, ich fühle mich etwas besser. Du fühlst dich besser? Ja. Als letzten Montag. Darf ich dich jetzt reinschubsen? Nicht. Ich habe mich ja noch voll in Montur. Ich darf nicht ins Wasser wehen. Auflösungserscheinungen. Achso. Dann sagen wir erstmal Tschüss von dir und freuen uns auf die Öffnung. Genau. Wir gehen erstmal ordentlich ins Wasser. Und dann schauen wir, was das wird. So. Komm mal. Tschüss. 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 Tschüss.